Unser erster Tag in Tulum. Wir haben gerade die Maya-Ruinen gesichtigt und haben uns am Strand hingelegt, im Schatten. Wir haben uns eine angesprochen und er nimmt uns jetzt für 75 Pesos, das sind ungefähr 400 Euro, nimmt er uns mit hier raus aufs Meer, also 100 Meter raus mit seinem Boot und verteilt Finnen und Schnorcheln. Und wir werden gleich hier runter schnorcheln, das Wasser. Zwei Meter tief, unter uns sind die Ballen und sehr, sehr viele Fische. Wir sind mal gespannt. An Bord sind alle, die mit uns heute am Strand waren, aus drei verschiedenen Nationen. Das ist der Ori. Und hier hinten kann man die, am Land kann man die Oile sehen, die wir beunsichtigt haben, die Maya-Burg in Tulum. Wir sind mal gespannt, wie es ist und erzählen es euch später.